hallo meine lieben und zwar habe ich ein neues video für euch und zwar habe ich mir was bei ernstdings family bestellt das kam heute an da kommt aber nächste woche noch eine bestellung ich habe da noch was bestellt gestern abend ja da sind so schöne sachen ich habe es schon aufgeschnippelt ich habe ja schon von lidl eine richtig dicke lange winter steppjacke mit langen armen und allem drum und dran und jetzt habe ich mir so eine auch als eine weste geholt aber mit teddyfell noch die hat mir richtig gut gefallen so einem weiß greben farbenen ton also die kapuze hier die ist so stepp aber wirklich schön und die ist mit so einem teddy feld hat finde ich auch schön ist so schön so gedreht gefällt mir richtig gut hier oben ist mit teddy feld seht ihr und ganz unten ist sie als lange steppweste an der seite könnt ihr auch drei knöpfe aufmachen und wir probieren jetzt wie gesagt für den herbst und den übergang finde ich richtig schön hier innen drin also die die kapuze die könnt ihr nicht abnehmen dann hier innen drin der kragen wunder wunderschön ich habe sie mir in größe 46 genommen weil wenn man mal ein bisschen dickeren pulli drunter anziehen und so finde ich das halt angenehmer dann ist alles so knatschen eng die kostet 49 euro 99 also moment ich zeige euch mal das schulchen da könnt ihr sehen und das ist von der kollektion china je面 enlightenment gina bnotti gina bnotti tion pouring genau die ist richtig schön super wir probieren mal direkt an oh mein gott oh mein gott ist die schön ich freue mich so ich mache sie mal zu und dann gehe ich ein stück zurück und zeige es euch mal hier hängt wie gesagt gerade hier an meinem spiegel an der tür ich finde es auch schön dass diese schrift hier innen drin so ist richtig schön könnt ihr schön zu machen eine kappe papuze und guckt mal die ist wirklich richtig schön und die hält auch wirklich hier hals ohr hier alles schön warm hier ist so ein gummi applikator dran auch dieses geschnürte finde ich schön ich finde das richtig schön hier oben ist das so mit teddy fell ja ich kann mich erst mal weiter nach unten kippen das ist blöd jetzt gehe ich mal ganz zurück ich glaube ihr seht mich immer noch oder also sie ist wirklich sehr 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 schön lang ihr könnt hier unten an der seite wie gesagt drei knöpfe aufmachen ich glaube ihr seht mich gar nicht mehr oder könnt hier unten drei knöpfe aufmachen richtig schön ihr könnt ja die weste auch von unten her auch ein stückchen aufmachen in zwei reißverschlüsse also ich finde sie richtig schön mal abzumachen und mal so zu halten seht ihr wie lang die ist richtig schön die unten auch mit stepp die ist richtig schön oh mein gott die gefällt mir so richtig gut ich klebe euch mal wieder hier dran vorsicht meine hand kommt kurz so ja mir gefällt die richtig gut auch mit diesem pulli hier den ich jetzt an habe der ist von meiner schwiegermama mit solchen ärmeln kann man die jacke auch schön tragen ja zwei taschen die sind auch richtig schön warm gefüttert von innen mit druckknopf richtig toll richtig schön toll seht ihr auch richtig schön kuschelig weich mit druckknöpfen oh die gefällt mir richtig gut schön kann man von unten her wie gesagt auch ein stück aufmachen seht ihr dann ist das nicht allzu eng auch wenn man wie gesagt im auto einsteigt an der seite kann man kann sie aber auch schön lässig offen tragen finde ich auch ganz schön wenn man sie dann so trägt toll gefällt mir für 49 euro ich wollte schon immer so eine haben also so eine habe ich ja für 27 euro oder habe ich mir letztes jahr im liege gekauft von es mara die eigenmarke genau in schwarz genauso wie die hier mit kaputze auch stepp auch schön lang so und jetzt wollte unbedingt mal so eine weste haben und hier hat mir gut gefallen die ist hier oben mit so teddy fell und unten dann halt eben stepp schön gefällt mir richtig toll ja ich bin gespannt ich konnte schon an meinem ernst nix family profil konnte ich schon sehen ich habe gestern abend bestellt um 12 uhr gestern abend ja und das ist heute schon wird heute schon versand fertig gemacht er konnte ich sehen ich denke mal wenn ich glück habe dann geht er heute noch raus und dann dürfte das am montag spätestens dienstag bei mir eintreffen und dann werdet ihr einen nächsten ernst nix family hol bekommen richtig schön ja hier habe ich noch so ein bisschen rot da hatte ich so wege gefällt mir richtig gut auch mit diesen ganzen applikationen hier mit der schrift was steht denn da love t unique love in unique kann das sein gefällt mir richtig gut auch mit diesen bändeln hier dass die hier so lang sind dann hier so eingedreht und dann wieder so gefällt mir auch richtig gut vor allen dingen die hält hier oben gerade hals ohren bereich hier wenn er draußen so wirklich windig luftig ist und man keinen schal anziehen möchte oder so so einen dünnen schal meine ich jetzt dann hält hier trotzdem alles schön warm geld ist alles schön eingepackt und geschützt also das finde ich richtig toll ist auch wirklich schönes angenehmes material also toll innen drin habt ihr auch noch eine tasche da könnt ihr zum beispiel handy oder irgendetwas reintun geld ist auch noch eine tasche drin und die ist die ist mega die ist mega die ist richtig geil ja wie gesagt hier innen drin ist auch noch eine tasche mir gefällt sie richtig gut ich mache euch noch mal ja da geht es in meine tür disney halt ne ich habe alles schön beklebt ja damit man auch direkt weiß wem sein zimmer das ist dem der zimmer gehört ne ich habe heute den heute habe ich den pulli an von meiner schwiegermama mit diesem herzen und ich habe einfach eine ganz normale schwarze leggings heute an ne die gefällt mir richtig gut die jacke hier die ist wirklich also die beste die ist wirklich wirklich schön die gefällt mir richtig gut so dann würde ich sagen wenn euch mein kleiner haul hier von ernstlings family gefallen hat würde ich mich mega über ein daumen nach oben freuen vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren dann passt ihr keines meiner videos dann würde ich sagen passt gut auf euch auf denn das tue ich auch bleibt gesund und bis dahin tschaui und schaut gerne bei meinem neuen instagram profil vorbei steht alles unten in der infobox baulitz jesse heiße ich dort und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes wochenende tschaui